Hejo und willkommen zu Call of Duty World War 2. Wem es gefällt Abo, Like und Kommentare sehe ich natürlich immer gerne, der Algorithmus auch und dann geht es auch schon rein ins Gefecht. Ich dachte, ich wüsste schon, wie Grausamkeit aussieht. Ich wusste gar nichts. Aber eins ist sicher, ich werde diesen Anblick nie vergessen. Die Überlebenden sagten, man hätte die anderen Kriegsgefangenen, zu denen auch Sasman gehörte, in ein kleineres Lager drei Stunden östlich gebracht. Ich konnte nur hoffen, dass er noch lebte. Das letzte. Das sieht mir nach Arbeitslager aus. Na los. Ich finde, hier sieht's verlassen aus. Kann ich hier irgendwo rein? Baracke 6 vielleicht? Das waren unsere Leute. Hol die Kamera raus. Die Welt muss es erfahren. Sie mussten dahinvegetieren wie Tiere. Wie es aussieht, gab es hier nichts als Prügel, Knochenarbeit und Hungerration. Hier drüben. Die Nazis haben unsere Leute kaltblütig ermordet. Kein Feuer der Welt macht das ungeschehen. Ich schätze, hier wurde ein Exempel statuiert. Hm. Daniels, das müssen Sie sehen. Die Spur führt zu den Feldern. Da wurden Sie hingetrieben. Dann ist das unser Ziel. Da warten Sie nicht zu viel, Corporal. Es war ein Versprechen an Sasman. Wir finden. Ob wir ihn lebend finden, ist was anderes. Sergeant, ich geh vor. Sasman! Es ist wie ein Teufelskreis. Was ich getan habe. Was ich hätte tun sollen. Als ob mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet hat. Wir müssen nach Hause, kleiner Bruder. Du bist dort im Schnee gestorben. Und nur, weil ich nicht... Verdammt. Ich komme Sasman. Du wirst nicht sterben, Bruder. Nicht jetzt. Nicht heute. Sasman! Wo könnte er sein? Sasman! Wo ist er? Irgendwo. Muss er sich hingeschliffen haben. Sasman! Sag ein Wort. Sag ein Wort. Sasman! Es ist vorbei. Ich träume wohl. Was ist geschehen? Ich dachte, wir bleiben zurück. Und ich sterbe hier ganz allein. Hier, trink. Schön langsam. Du hast immer auf mich aufgepasst. Und irgendwie auch heute. Es gibt nämlich nur eins, was dich auf dem langen Marsch antreibt. Und das sind die Brüder, die bei dir sind. Die Geschichte rief und sie folgten. Von überall her zum Kampf für Frieden und die Freiheit. Ich danke ihnen. Und die Welt dankt ihnen. Und wo immer sie auch sein werden. Sie gehören für immer zu einer Bruderschaft von Helden. Das war's, Freunde. Sasmin wollte, dass du den kriegst. Du brauchst ihn mehr als ich. Wegen Junior. Hast du aber kein Vertrauen? Das wird schon. Gentlemen. Und kommst du zurecht? Ich geh noch mal zu Sasmin. Sergeant. Kehren Sie jetzt heim? Ich bin daheim. Wollen Sie nicht auch bleiben? Ich vermisse Texas schon viel zu lang. Alles Gute, Bauernjunge. Danke. Wenn mein Sohn fragt, wo ich war, sag ich, ich war bei der Ersten. Und dem irren Bastard Pierce. Gar kein Ausdruck. Falls du mal nach Chicago kommst. Sehr gerne. Oder vielleicht überrasche ich dich zuerst in Longview. Du wärst willkommen. Weißt du, äh... Als sie uns mitnahmen. Raubten sie uns nicht nur die Freiheit. Auch wenn wir zusammen waren, waren wir doch allein. Es ging uns nur ums Überleben. Aber du... Du hättest als Held heimfahren können. Warum bist du's nicht? Ich sah dieses Leben. Ich konnte es nicht. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Der Traum war anders letzte Nacht. Diesmal kamen wir nach Hause. Zusammen. Ich hör immer noch die Wölfe, Paul. Manchmal seh ich sie sogar. Du brachtest mir bei, sie abzuwehren. Darum gehört das dir. Weil ich durch deinen Opfer lernte, dass ein Held alles riskiert für seinen Bruder. Und für mich bist du beides. Und damit endet wieder mal eine sehr gute Story. von Call of Duty World War II. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Ich bedanke mich bei allen, die da dran mitgeschrieben haben. Und wenn, dann bitte weiter so. Und... Keine Story. Kein Singleplayer. Keine Kampagne. Ist keine Option. Sehr schön. Bitte weiter. Danke nochmal. I'm out. Nein. Ich bedanke mich bei allen, die daer Geist auf dich. Call dellRं. Dramat 300 contribute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020